Nibo! Man, wir gehen heute noch rein. Paul hat eine Show. Bruder. Die Leute sind dabei, wir sind dabei, Nibo dabei, Guapo dabei. Alle dabei. Und... Ja, Leute. Nicht Fluch verpassen jetzt, oder? Nicht Fluch verpassen. Einfach Reisepass vergessen, Bro. Jungs, für mich. Das Wichtigste. Nicht das Falsche nehmen, oder? Nicht das Falsche nehmen, oder? Nibo! Hey, man, wir sind in Köln, Bro. Touchdown, das erste Mal. Dorint Hotel. Erstes Mal in Köln. Wir sind hier in Dorint. Whatever the fuck. Ja, whole Europe. Ja, whole Europe. Kurz vor dem Auftritt einchecken, oder? 14, 13 Uhr. 14, 13 Uhr. Was? Für ein Bra. Also, Leute. Ich bin nicht zensiert, weil ich kriminell bin. Ich mag es immer nicht gesehen zu werden. Mein Name ist mein Bildungsliebe. Der Mann behind the scenes. Die Bra sind hier. Also, Leute. Wir sehen uns später. Nibo! Ich glaube, ich habe tausend Pics gemacht in den letzten zehn Minuten. Du schaust aus. Der Mann hinter den Pics, das bin ich. Ich bin in der Nacht. Ich bin in der Nacht. Ich bin in der Nacht. Hast du meine Kappe? Rein, rein, rein. Rein, 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 die Scheiße. Also, Leute. Es geht los. Es geht los. Nibo! Ja, 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 ja! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, hab ich noch gut! Ich hab' den Scheiß. Ich dachte, der ist schade, Digger. Ich dachte, du hast für mich das macht nichts, ey. Niko. Er fast wird Köln zerlegten, gefickten. Durchschlösser, einer der besten Drinks in der Welt. Warte kurz, wie war Köln gerade? Scheiße. Absoluter Abriss. Das Publikum war lit, yo, ich geh zu. Das Publikum war so, und dann Gola war so, und dann Skullu war so, genau so. Das war's mit Köln. Mahlzeit. Das war's mit Köln. Niko!